Die Giresa AG existiert seit über 40 Jahren. Wir sind spezialisiert auf die ökologische und wirtschaftliche Verwertung von Sonderabfällen. Zu unseren Kunden zählen Industrie, Handel, Gewerbe, Private und Kommunen. Die Giresa AG verwertet hier Elektrofilteraschen aus Kirsch-Verbrennungsanlagen. Diese Elektrofilteraschen, die schwermetallhaltig sind, werden in Salzsäure aufgelöst. Dieser Hydrozidschlamm wird anschließend neutralisiert und auf Pressen der AquaCam ausgeworfen und in die Wiederverwertung als sekundärer Rohstoff gebracht. AquaCam ist Hersteller von Filterpressen. Im Hintergrund sehen Sie vier Filterpressen von unserem Kunden Giresa. Das ist ein Filterpressen der Baureihe AF-Serie. Das sind sogenannte Filterautomaten. Diese Filterautomaten können 24 Stunden, 7 Tage die Woche betriebssicher arbeiten. Ein Produktvorteil von uns ist, dass wir Kammer- und Membranfilter-Elemente verbaut haben. Somit erreichen wir eigentlich immer oder erzielen einen stickfesten Filterkurven. In dem Zuge, bei der Anlage, haben wir sehr viele Sensoren aus dem Hause EFM verbaut. An der Wasch- und Spülstation sind fünf kapazitäte Sensoren verbaut. Diese dienen der Grenzwertüberwachung. Unterhalb der Filterpresse haben wir eine Wippe verbaut. Die Wippe dient dem optimalen Kuchenabwurf. An der Wippe selber ist ein Neigungswinkelmesser oder Sensor installiert. Dieser dient der optimalen Ausrichtung der Wippe, damit der Container optimal befüllt wird. Am Container selbst sind sieben Lasersensoren verbaut. Zwei Sensoren dienen der Containerüberwachung. Das heißt, ist der Container am Standort. Die weiteren fünf Sensoren dienen, den Füllgrad zu überwachen und den entsprechenden Winkel der Wippe auszurichten. Wir haben hier noch ein Luftmengenmesser aus dem Hause EFM verbaut. Diese Luftmengenmesser dient, zum einen die Luftmenge zu messen, den Druck zu überwachen, die Temperatur und im gesamten Energiemanagement. Damit wir wissen, wie viel Energiebedarf wir an der Anlage haben. Aquacam und EFM arbeiten seit vielen Jahren partnerschaftlich zusammen. Aquacam bedient verschiedenste Kunden und dabei gibt es auch verschiedenste Anforderungen. Dabei unterstützt uns die Firma EFM. Da haben wir immer den richtigen Ansprechpartner und können uns mit dem richtigen Produkt unterstützen.